Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Sniper Elite V4. Nein, nur 4. Ohne V. Ähm, ja. Wir müssen den Offizier hier töten. Wo auch immer er sich bewegt, ist die Infanterie. War hier oben auch noch irgendwo, ne? Da ist noch einer, genau. Oh, oh. Ich sehe ihn. Einfach sneaky hier lang. Kann ich mir den nicht eigentlich snacken? Aber Karte sehe ich sonst niemanden außer ihn. Zumindest hier in der Nähe. Aber egal. Lass uns einfach mal. Ich sollte mehr die Karte benutzen. Komme ich da irgendwie hoch? Ich weiß es nicht. Diese ganzen Flugzeuge immer. Doch klar. Da muss ich, glaube ich, irgendwie rein, oder? Schädlingsbekämpfung. Töte die Nazi-Offiziere. Ja, ich weiß. Habe ich da vor. Kommt der Typ da hinten zurück? Nee, er geht da rein. Ich könnte ihn aus der Gasse hier snacken. Nee, er ist noch mehr. Kurze rüber. Gut. Wo ist er denn jetzt hin? Warum ist der Dings nicht mehr gemerkt? Ach, da oben drin. Muss der da so tot liegen? Das ist mein Ziel. Er ist mein Ziel. Also wenn ich ihn jetzt abballern würde, hätte ich einfach nur abbauen müssen. Okay, dann weiß ich schon mal, wo ich rein muss. Komm ich da denn rein? Ja, klar. Die Tür da. Hier ist niemand. Auf der Karte sehe ich auch niemanden. Außer halt die Leute da drin noch. Da ist einer. Kenn ich mir den? Ich glaube, den kann ich mir gleich so snacken, wenn er hier lang kommt. Alles klar. Und ich glaube, hier oben kommt ja auch keiner mehr sonst rein. Das heißt, ich muss nur noch ihn snacken. Sehr geil. Und da hier glaube ich keiner mehr reinkommt, kann ich die Leichen hier chillig liegen lassen. Vielleicht die Leiche noch ein bisschen weiter weglegen. Dann werfe ich ihn halt. Okay. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen, ohne entdeckt zu werden. Ist das hier der einzige aus? Nein, der erste. Okay. Okay. Nice, Leute. Das hätten wir. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal den Kontrollpunkt dort ein, oder? Nee. Warum? Die Kamera zerstören und hier... Ja. Okay. Muss einfach dort hoch. Einfach weglaufen. Aber nicht darunter eigentlich. Okay. Das war ganz... Gerade an sich ziemlich nice gemacht. Muss ich ja schon mal zugeben, ne? Ich meine, man kann sich auch mal selber loben. Der war schon echt nice. So. Das werde ich hier wahrscheinlich wieder nicht so packen. Okay. Den da vorne könnte ich irgendwie versuchen auszuschalten. Ohne, dass das wer mitkriegen sollte. Wohl, doch der hat was gehört. Könnte der das... Ja, doch, der bekommt das mit, wenn ich den hier vorne ausschalte. Außer, er geht jetzt noch ein bisschen weiter weg. Ja, 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 ja. So ist gut. Schön da rein. Bleib mal da drin. Komm schon. Na, wenn er gleich wieder umdreht, dann... Dann snack ich mit denen da. Ich hätte gerne einen Charlie. Einen Charlie auf der Pistole oder so. Das wäre nice. Jetzt geht der auch weg. Verdammt. Muss das sein? Mann. Okay, da ist die Kamera. Mich sieht momentan keiner, wenn ich da hinrenne. Geht auch der da vorne. Könnte mich sehen gleich. Okay. Ui. 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 gesehen, Alter. Weil der muss da weg. Kann ich nicht irgendwie die Leute weglocken? Mit einer Granate oder so? Stein. Das sind Steine. Komm mal nach, da ganz hinten. Komm schon. Digga. Alter. Ganz ehrlich, ne? Ah, sorry, Leute. Ich muss kurz jemanden bei Discord beleidigen. Weil ich nicht gespamt wurde. Falls ihr das nicht mitbekommen habt. Aber ich glaube, das solltet ihr mitbekommen haben. Oh, lol. Kann ich nicht noch einen Stein da hinten bitte hinwerfen? Ja, vielleicht habe ich den Stein ein bisschen doof geworfen. Ich muss halt erst die Kamera zerstören. Oh. 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 Not even close. Ahem. Das war... Oh, der Typ da drin nervt halt hart, ey. Kann ich den ausnucken? Mit dem Stein? Ah, ich kann sie zerstören. Mit dem Stein. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. wirklich. Oh. 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 Ja, er geht hoch, alles klar Oh, nervt der Typ Oh, shit Ist nicht langsam mal wieder alles safe oder so? Ja, geht er jetzt endlich mal weg? Ja So einfach komplett dumm Was? Shit Wohlinformation Ist mal ne dumme Idee Oh, lol Das war ne dumme Idee Das war übersteuert Nein Nein Ach, Mann Äh, Kontrollpunkt läuft dann? Oh, lol, das ist hier Ah, ah, ein , ahh, oh, ah, bah.. Ich nicht mehr Werden Sie Okay Hätte ich da nicht irgendwen gesehen gerade? Ich muss hier weg, ich muss hier weg! Vielleicht hätte ich wirklich erst diesen Kontrollpunkt hier einnehmen sollen Weil das war ja auch ein Ziel Alles safe? Ich glaube es ist alles safe Ich habe meine Mission erfüllt Leute Gehen wir jetzt noch da hinten den Offizieren? Muss ich jetzt aber wieder weg hier Da unten ist der? Oh lol Nein, er sieht mich Guck mal nicht hierher bitte Hier Nice Hä? Hä? Nein Als ob mich das instant umbringt Was? Komm, so einen Sprung kann man überhaupt leben Das ist nicht so das Ding Wehe Oh nein, 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 oh Kann ich mit Steinen Jemanden so hart abwerfen? Oh, das war ein schöner Kill Oh, Alter, ich liebe diese Killcamps Einfach nur geil So, die schmeiß ich jetzt hier in den Busch Genauso wie dich hier hinten, nachdem ich dich durchsucht habe Nimm sie Kannst du jetzt mal Wieso kann ich mal den Leichen anfallen lassen und mal nicht So, aber ich würde den hier noch gerne einmal nehmen Okay Verband, Shotgun-Money So, hier oben noch Kannst du es nicht mitnehmen? Okay, egal Nee, da kam ich nicht lang Hier lang Musst du da unten zum Offizier Alles klar Oh, Leute, aber Ich stelle mich dann mal kurz da hinten in den Busch Und dann würde ich sagen, beenden wir für heute die Folge Haben ja ganz gut was gepackt eigentlich, ne? Letzter Part war Rambo-Action Dieser Part war eher Ninja-Style Ich nenne den Part einfach Ninja-Style Alles klar, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, bewertet den Part Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Out Drain Out